Dieses Bild ist auch auf Sylt entstanden. Es zeigt eine reiche Lady mit dem, was so ihr Leben ausmacht, wovon sie träumt. Das ist nämlich ein großes Auto. Es ist Schmuck. Das ist Schmuck. Auch dies ist ein Bild aus unserer Gesellschaft, das gewisse Probleme anspricht. Das ist Schmuck. Das ist Schmuck. Das ist Schmuck. Das ist Schmuck.